Zu Risiken und Nebenwirkungen durch ausgewogene Ernährung und regelmäßiges Training zählen gute Laune, gesteigertes Wohlbefinden und ein Körper, den man sich selbst wieder gerne im Spiegel ansieht. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Nackt-Gut-Aussehen-Show. Ich bin Paul und ich glaube, heute gibt es das kürzeste Video meiner Zeit. Wie funktioniert das Intervallfasten? Ganz simpel und einfach. Wir wollen es nicht komplizierter machen, als es ist. Wenn dich das Thema Intervallfasten noch mehr und ausführlich interessiert, dann findest du unterhalb dieses Videos noch viele Links zu vielen weiteren Videos. Aber diese Frage ist eigentlich nur in einem Satz beantwortet. Ich selbst persönlich mache Intervallfasten seit Jahren. Mal mehr, mal weniger, akkurat. Aber genau das ist auch die Schönheit an dieser Ernährungsart, dass du nicht mega starr in irgendwelche Muster und Grenzen geschoben bist. Das heißt, so wie ich das selbst mache und wie ich das allen meinen Coaches mitgebe, ist ganz einfach, dass du es relativ flexibel hältst. Du fängst mit dem Intervallfasten einfach damit an, dass du schaust, dass du dein Frühstück immer mehr in den Tag hineinschiebst. Wenn du normalerweise um 7 Uhr frühstückst, fängst du halt vielleicht an, um 8 Uhr zu frühstücken, vielleicht um 9 Uhr, sodass du versuchst, das Frühstück immer mehr in den Tag reinzuschieben, bis vielleicht 1 oder 2 Uhr. Das Hauptziel ist es, etwa in einem 8-Stunden-Fenster dann später zu essen. Wenn du dann nämlich in einem Essensfenster, so nennt sich das, dann in 8 Stunden isst, dann ist es so dieses klassische, bekannte Intervallfasten-Protokoll, wo du 8 Stunden isst und 16 Stunden fastest. Also, ganz simpel und einfach. Versuch einfach, Schritt für Schritt dein Frühstück immer mehr in den Tag hineinzuschieben. Bis 1 Uhr, vielleicht 2 Uhr, sodass du dann um spätestens 9 Uhr mit dem Essen wieder aufhörst und wieder in deine Fastenphase kommst. Ob das Intervallfasten jetzt gut zum Abnehmen ist oder gut zum Muskelaufbauen ist oder was genau die Hintergründe und was für gesundheitliche Vorteile du aus dem Intervallfasten ziehst, dazu findest du unten hier in der Videobeschreibung einen Link zu einer Playlist, wo es um Intervallfasten geht. Dort findest du bereits viele Videos zu diesem Thema, die das genauer erklären, wenn es dich wirklich interessiert. Und diese Playlist wird selbstverständlich auch immer weiter und weiter ergänzt. Deswegen auch gerne einfach den Kanal abonnieren, hier auf den roten Button klicken, die Glocke anläuten, dann verpasst du auch kein Video mehr. Und dann wünsche ich dir natürlich weiterhin viel Spaß beim Nackt gut aussehen. Und wenn du mich abonnieren magst, geht es ganz einfach, indem du mir einfach ganz schnell auf mein Gesicht klickst. Untertitelung des ZDF, 2020